So, es ist 10 nach, wie angekündigt, der Stream sollte wieder laufen. Herzlich willkommen an alle die, die schon drin sind. Ich weiß nicht, ob schon welche drin sind. Ja, ich würde sagen, wir machen einfach direkt weiter. Genau. So, und hohoho, let's go. Ja, ich habe mich ein bisschen was, ein ganz klein bisschen was durch Wiki von dem Mod-Pack hier gewühlt in der Pause. Aber allzu viel davon aufgenommen oder mitgenommen habe ich jetzt auch nicht. Aber, ähm, wir gucken mal, was sich daraus machen lässt. Ähm, ja, genau. Erstmal müssen wir weiterleben. Überleben. Hör mal auf Glas zu machen, davon haben wir jetzt erstmal genug. Äh, was habe ich denn jetzt wieder? Ich brenne gerade Kohle. Okay, äh, das ist dumm. Das ist mega dumm. Hm. Okay, äh, jetzt muss ich hier gerade noch das Scoreboard updaten. Hey, aktualisieren. Eine Sekunde. Ach, doch, er hat es genommen. Okay, sehr gut. Äh. So. Dann mal wieder was zu essen. Und jetzt wollte ich das unbedingt mit den Cooked Eggs doch mal ausprobieren. Tatsache, es funktioniert. Haha, schön. Wie schon gesagt, ich liebe sowas hier. Wo man so Kleinigkeiten einfach macht. Kann ich das Fenster hier noch kleiner machen? Ja. Tatsache. So, herzlich willkommen im Stream, ne? Ja, meine Damen und Herren. So. Hm. Okay, jetzt sollten wir auch langsam wieder regeneraten. Regenerate. Ja, passt. Ähm. Genau. Ich habe mich ein wenig was informiert. Und deswegen kann ich jetzt mit bewusstem Frohsinn sagen, dass ich immer noch keine Ahnung habe. Äh. Pff. Ja. Äh. Ne? Ist toll, oder? Ich muss gerade im Hintergrund noch was einstellen. Und dann geht es auch sofort weiter. Äh. So, Entschuldigung. Äh. Es geht sofort los. Ähm. Ja. Ich überlege nur gerade, wie ich es jetzt am besten mache. Ähm. Genau. Ich habe mich ein wenig was durchgearbeitet. Und zwar fangen wir am besten an mit den Grundlagen von einem Generator. Äh. Ein Generator. Warum gibt es da so verdammt viele von? Ah, weil da unten Generator in dieser Beschreibung steht. Ja, super. Äh. Pff. Äh. Da. Gefunden. Äh. So. Jetzt brauchen wir eine RE-Batterie. Refined Iron und Iron Furnace. Oder einen Maschinenblock. Furnace. Erstmal RE-Batterie. Geht nicht. Battery. Da, das sind die. Äh. Zinn, Redstone, Copper. Okay. Das bedeutet, ich muss in die Tiefen dieser Welt hier reingehen. Äh. Zu essen haben wir nichts mehr, ne? Doch, die Äpfel kann ich noch mitnehmen. Und Holz auf jeden Fall. Äh. Da nehme ich mir mal hier direkt. Äh. Ein halbes Deck mit. Wenn ich den Platz habe, kann ich auch ein ganzes Deck mitnehmen. Mann. Ähm. Ähm. Ich buddel mich jetzt hier irgendwo. Oder soll ich eine Höhle suchen? Ich glaube, Höhle suchen macht mehr Sinn. Äh. Ja. Ich gehe mal gucken, ob ich was Schönes finde. Irgendwo in der Region hier. Und ich hoffe mal, dass, dass der Livestream läuft. Wäre mal schön, wenn ich da ein Feedback bekäme, ob er läuft. Und, äh, ob man mich hören kann und alles. Ähm. Ähm. Ja. Ähm. Hier ist diese riesige Insel, die wirft in den Schatten drunter. Das ist irgendwie... Bäh. Das ist noch so eine. Ähm. Genau. Hier in die Richtung müssen wir mal. Düm, düm, düm. Hallo, Freezy. Herzlich willkommen im Stream. Im Stream. Scheinbar läuft er. Ich bekomme zumindest hier die... Den Chat. Der kommt hier an. So. Genau. Ich wollte eine Höhle suchen. Ich habe mich wieder komplett ablenken lassen. So, 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 so. Ähm. Gucken, ob wir den hier was finden. Oder ich buddel mich hier einfach runter. Wäre auch eine Möglichkeit. Queset aber nicht genau. Ja, ich buddel mich jetzt hier am Berghang einfach runter. Äh. Hier. So. Los geht's. In die Tiefen. Fackeln habe ich dabei. Ich glaube, ich habe alles. Ich stoße mal direkt auf irgendeine Ressource hin. Sehr schön. Scheinen wir ja für die Batteries zu gebrauchen. Nicht zu gebrauchen. So. So. So habe ich die Brightness komplett... Ja, okay. Man sieht also auch was. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Und immer tiefer in die Welt hinein. Kann man mich hören? Ja. Sehr gut. Wie gesagt, meinen ist ja ein bisschen langweilig. Ich habe ja gerade eben schon mal den Prolog gemacht. Da bin ich auch ein bisschen meinen gegangen. Hab das Haus gebaut. War jetzt nicht wirklich viel interessanter als das, was ich jetzt mache. Also, pff. Es wird aber nachher interessanter, wenn ich anfange mit den Maschinen. Hoffe ich. Wird so sein. Ganz sicher. Was haben wir denn hier Schönes? Auf jeden Fall ein paar Zombies. Tada. Ein Skelett auch sehr schön. Aua. Aua. Noch ein Skelett. Ist ein Skelett-Spawner. Ah, wo kommen die jetzt die Zombies her? Nääääh. Wo kamen die jetzt alle auf einmal her? Hm. Keine Ahnung. Äh. Ja, weiter geht's, ne? Äh. Spielshauge. Das brauche ich. So. Was war denn hier jetzt? Es ist wieder Sin. Warum gibt's die denn? Hm. Zweimal aus irgendeinem Grund. Was haben wir hier? Sin aber. Okay. Es war wieder Tin. Hm. Da ist noch was. Ich höre wieder Zombies. Noch ein bisschen was Tin. Oder Tin halt. Ich muss jetzt gleich was trinken. Ja, eine Sekunde bitte. So. Die sind so. So. Wieder da. Ugh. Hab mich ein wenig erkältet. Beziehungsweise hab Huchten momentan ohne Ende. Und da trinkt sowas, äh, da tut sowas trinken mal ziemlich gut. Es war kein korrekter deutscher Satz, aber passt irgendwie. Hm. Egal. Ja. Tut mir jetzt leid, dieser Teil ist halt ein wenig was langweiliger, aber irgendwann muss man halt durch. Ähm. Joa. Ich halt so. Ich hab auch momentan leider kein Gesprächsthema. Aber da werde ich für die nächsten Streams mal was vorbereiten. Und dann, äh, sollte das auch besser gehen. So, ich gucke mal gerade bei meiner Software. Ja, sieht ganz gut aus. Oha. Da ist ja irgendwo direkt um die Ecke. Ich kann ihn hören. Da ist noch ein Gang, da geh ich als nächstes rein. Äh, ja. Das Praktische bei so meinen Gängen ist ja, solange man Kohle dabei hat, gar kein Problem. Weil, äh, nicht Kohle, Holz. Wenn man ein Holz dabei hat, wenn man nämlich kein Holz mehr hat, wird das ein bisschen blöd. Untergrund, wenn man im Untergrund ist. Aber, selbst das kriege ich noch hin. Im Notfall. So, was haben wir denn hier? New Orm, meiner. Haha, Uran. Einfach mal so Uran anpacken. Wo ist der? Wahrscheinlich hier irgendwo um die Ecke. Nee. Ich will nicht. Bad. Das ist eine Fledermaus. Ich habe eine Ahnung, blöd. Ich höre ihn, aber... Ah, hier wird er sein. Da ist er. Äh. Ja. So, das meine ich jetzt gleich ab. Ich möchte noch hier gerade oben den... Weg aus... Den Weg ausleuchten. Würde ja irgendwie Sinn machen. So. Hier geht es ja fast wieder bis unter die Unter... Über die... Okay. Ich höre einfach aufzureden. Nein. Äh. Fast wieder bis unter die Oberfläche. Hm. Keine Ahnung. So. Pock, Pock, Pock. Ja. Es ist ein bisschen langweilig in so einer Mine. Aber das gehört nur dazu, ne? Tja. Gut. Hm. So. Hier und da. Was haben wir denn hier? Ist das auch Kupfer? Das ist tatsächlich auch Kupfer. Okay. Hier haben wir noch mehr Kupfer. Hm. Ich glaube, Kupfer ist gut. Ich weiß es nicht. Ähm. Eisen. Ist immer gut. Ein einziges Stück. Ernsthaft. Dann haben wir... Oh. Oh. Weg. Weg. Stopp. Was haben wir denn hier? Puh. Puh. Ein Höhlensystem. Oh mein Gott. Okay. Das ist auch was Neues. Es funkelt. Äh. Ja. Keine Ahnung, was das ist. Ich baue es jetzt gleich ab. Ich hoffe mal, ich kann es abbauen. Da ist noch ein bisschen Eisen. Ist auch immer gut. Muss man gleich Ihnen neue Spitzacke machen. Kraften. Ja. Ich denke mal, ich gehe gleich auch auf die Suche nach... ...Rubberbäumen. Äh. So. Hier noch ein bisschen weg. Yep. So, dann haben wir ja hier das Zeug. Was ist denn das hier? Earth Shard. Okay. Werde ich wohl noch früher oder später rausfinden, was das ist. Was haben wir hier? Ist das Gold? Yellow. Yellow. Yellow Ride. Einfach mal hinten nehmen. Keine Ahnung, was es ist. Hm. Okay. Da ist nochmal so ein Zeug. Ist das auch Yellow Ride? Ne, das ist Kupfer wieder. Kupfer ist gut. Kupfer ist immer gut. Braucht man für Compute. Ha, ha, ha. Ähm. Ja. Okay. Ähm. Ich würde mal sagen, ich setze jetzt zu einer neuen Spitzhacke an. Muss ich mir jetzt irgendwie machen. Hier ist noch was Kohle. Dann gehe ich auch da runter. Schnappe mir noch gerade mit der letzten Reste hier die Kohle aus den Ritzen. Das war's. Oh, fuck. Oh, fuck. Ah, okay. Ähm. Bin ich hier sicher? Ja, ne? Äh, genau. Crafting Table. Machen wir uns so. Ähm. Stickies machen wir uns so. Und wir brauchen einen Ofen. Den machen wir uns so. Sogar zwei Stück. Äh, Eisen. Hatte ich doch da. So, und ich mache jetzt nur drei rein, weil sonst, äh, nimmt das unnötig Platz im Inventar weg. Äh, ein Stück Kohle drunter und warten. Tja. Ne, ist eine schöne Hülle, oder? So, weiter geht's. Äh, Stickies. So, mit den Stickies mache ich direkt, äh, neue Fackeln in einem Durchgang. Äh, mehr brauche ich nicht, ne? Hier ist noch ein bisschen was warmes Feuer, aber ich habe gerade nichts zum, ja. Was warmes Feuer. Ja. Männliche Logik. Äh. Gut, dann gehe ich jetzt gleich da hinten in diese Schlucht runter. Würde ich mal sagen, so ganz ohne gehe ich dieses Mal ja auch nicht aus an Ressourcen. Ich hatte schon mal schlechtere Tage. So. Runter in die Tiefen. Das noch mitnehmen. Und da sehe ich, da funkel ich mir schon Eisen entgegen. Sehr schön. Mhm. So, oh man, meine Spitzhacke ist am Arsch der Welt. So, das ist schon besser. So, das haben wir sonst irgendwo noch was. Nein. Oh mein Gott. Oh, rauf, lasse ich mich ein. Äh. Okay. Hätte jetzt auch sonst was sein können. Mann, bin ich wieder unvorsichtig. So, was ist das denn? Das ist neu. Aluminium. Aluminium. Aluminium Ore. Okay. Wird für irgendwas brauchbar sein? Keine Ahnung was. Hm. So, hier haben wir jetzt auf jeden Fall eine Ravine. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Und, äh, ja. Einfach mal rüberbauen. Ich sehe da unten schon ein Skelett. Ich habe den Bogen nicht mitgebracht. So, das Problem ist, da unten ist halt Lava. Und, äh, Skelett plus Lava ist, äh, mega sicher. Äh, 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 es schießt... Oh, das Arschgesicht. Scheiße. Hm. Hm, hm, hm. Wie mache ich das jetzt am besten? Was ist das denn, was da unten rumfliegt? Ah. Warte mal. So. Muss noch eine Stufe näher rankommen, dann kann ich es nämlich schlagen. So. Tada. Problem gelöst. So, was ist denn das da unten, was da so fliegt? Äh. Ich habe keine Ahnung. Hier sind noch irgendwelche Shards. Nehme ich die mal mit. Oh, Tin. Auch sehr gut. Ich bin jetzt schon Level 15, allein durchs Meinen. Das haben sie ja mal ein wenig entschärft mit dem Leveln. Fand ich nicht ganz so gut, weil Level waren eigentlich immer was Besonderes. Und jetzt kriegt man sie hinterhergeworfen. Hm. Naja. So, da fallen schon Zombies. So. So. So, und hier immer in Ravinen, wenn man so auf den Rändern geht, halte ich immer Shift gedrückt, weil das halt extrem schnell passieren kann, dass ein Skelett irgendwo spawnt. Boah, haben... Ähm. Äh. Äh. Oh. Haben die... Ne. E. Ha. Torch. Es gibt nämlich... Es gibt nämlich ein Mods... Torch, Torch. Da kann man mit... Da kann man mit so Pfeilen, kann man Fackeln verschießen. Hm. Sieht aber nicht danach aus. So. Jetzt haben wir es wieder. Ähm. Hm. Mal gucken. Äh. Ja. So. So. So, was haben wir denn hier? Das blinkt. Concentrated Essence Berry. Tastes like Creeper. Es gibt XP, das Zeug. Kann man das abbauen? Wow, man kann das abbauen. Okay. Einfach mal behalten. Da ist ein Creeper. Hm. Ja. Oh. Ich hab da oben, glaub ich, Uran übersehen. Frag mich nur gerade, was man mit dem Uran alles machen kann. Äh. Hoffentlich nicht das, was ich befürchte. Ähm. Keine Ahnung. Ach ja, genau. Oh, ich erwähne es nochmal. Wenn ihr was mit mir über irgendwas quatschen wollt, schreibt es ruhig in den Chats. Ich reagiere sofort darauf. Oh, was für ein Zufall. War das nicht dieses komische... Das hier ist das Yellow Ride. Ja. Keine Ahnung. Ähm. Ja, ich bin immer noch beim Ressourcensammelnfalle, die neu dazugekommen sind. Ist ein bisschen blöd, aber... Was will man machen? Ich brauch was zu essen. So. Ähm. Ein bisschen was Kobel in der Leiste, wenn nicht schlecht. So, hier ist noch... Also erstmal wieder ausleuchten. Und dann Eisen und Kohle abkrabbeln. Solange kein Skeletz spawnen, alles super. Ähm. So. Gerade nochmal was gucken. Herzlich willkommen zurück zum Stream. Wie ich es gerade in den Kommentaren sehe. Und ich muss mich gerade entschuldigen. Ich habe gerade... Eine Nachricht erhalten. Eine Sekunde bitte. Ähm. Ja. Ähm. Ähm. Was haben wir denn hier? Das ist... Lid-Ohr. Okay. Keine Ahnung. Lid-Ohr. Was haben wir denn noch? Äh. Ein bisschen mal weitergehen. Müssen wir die Steine mal näher an die... An die... Äh. Nein, nein, nein. An die Spitzhacke ranholen. Genau. Das wollte ich sagen. Ähm. Genau. So. Das sieht eigentlich ganz gut ausgeleuchtet aus. Das ist auch nichts spawnt. Spawnt. Und weiter geht's. So. Mal gucken, ob wir hier mal ein wenig tiefer kommen. So. Damit sollte sich das jetzt im Hintergrund geklärt haben. Ähm. Ja. Ich muss immer noch die zwei Probleme hier irgendwie aus dem Weg räumen. Hm. Hm. Soll ich das... Ähm. Ähm. Ja. Das wollte ich mir jetzt. Eine Sekunde. Ich bin nochmal gerade im Hintergrund. Ähm. So. So. War da drunter fester Grund? Ja. Okay. Dann... Äh. Was ist... Was ist noch? Was ist das denn? Das sieht ja nach Eisen aus. Das wollen wir uns natürlich auch noch. Ich mach's mal wieder hell. Pop. Und... Eisen. Eisen, Eisen, Eisen. Und ich hör den Zombie immer näher. Ich weiß aber nicht genau, wo er ist. Ist immer eine super Situation. So. So. Lead-Ohr wieder. Ich werde jetzt gleich aus der Höhle auch wieder rausgehen. Und dann geht's in die nächste Station. Und das ist dann Rubber-Trees suchen. Äh. Joa. Und dann können wir auch mit den Maschinen richtig anfangen. Äh. Hier ein bisschen runter. Ich komm hier nie wieder raus. Das weiß ich jetzt schon. Da ist noch Eisen. So. Oh. Redstone ist auch ganz gut. Weil für die Batterien braucht man Redstone. So. Die haben mich gerade eben schon gefragt. Was ist dieses Ding, was da hinten... Man sieht es jetzt nicht mehr. Aber da hinten schwebt was über der Lava. Ich hatte keine Ahnung, was es ist. Vielleicht weiß es einer von euch. Ach. Mein Hals macht wieder zu schaffen. Eine Sekunde bitte. Ist nun mal gerade die Lunge aus dem Hals gekotzt. Ähm. Meine Güte. Ja. Nee, das war der falsche Knopf. So. Nachher muss ich schon anfangen, unnötige Sachen aus meinem Inventar auszuwerfen. Hier war noch was. Uran. Und... Was ist das jetzt wieder? Da. Tinor. Das ist auch Tin. Wie viele Tins gibt es denn dann bitte? Tin, tin, tin. Hm. Keine Ahnung. Auch interessant. Hier mal noch ein paar Shards. Vermute ich mal. Die ich jetzt nicht mehr aufnehmen kann. Blume raus. Okay. Okay. So. Da gehe ich noch nicht ran. Da hinten ist noch Redstone. Ich suche aber eigentlich was anderes. Und zwar Diamanten. Dafür sind wir jetzt genau auf dem richtigen Layer. Weil eine Quarry wäre nicht schlecht. Da muss ich nämlich nicht mehr selber meinten gehen. Die faule Sau. Ja. Ich habe keinen Platz mehr für Kohle. Äh. Ja. Holz raus. So. So. Die Kohle haben wir auch. Da ist noch ein bisschen was. Oh. Oh, 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 oh. Da ist einer Inkontinent. Okay. Ich hätte die Lava auch... Äh. Das warst du auch mit... Ach. Egal. Hätte, hätte Fahrradkette. Jetzt ist es vorbei. Äh. Hier ist noch ein wenig mehr Redstone. Sehr gut. Hopp. So. Ja. Dies ist okay. Okay. So. Dann haben wir hier nochmal dieses Yellow Night Blödsinn. So. Oh. Wasser. Wasser. Ähm. Da haben wir noch was davon. Aber ich weiß nicht, wofür wir es gebrauchen können. Deswegen lasse ich es jetzt erstmal da hängen. Ja. Ist egal. Ähm. Genau. Ich buddel mich jetzt mal ein paar Meter in die Richtung. Höhe 15 klingt eigentlich ganz vernünftig zum Minen. Deswegen. Ja. Super. Deswegen versuchen wir das jetzt mal. Um Diamanten zu finden. Diamanten. Stattdessen finde ich Kohle. Na gut. Ist auch fast das gleiche. Theoretisch. Kohle. Äh. 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 Kohle, 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 Kohle. Kohle wird nachher wichtig sein, um den Generator zu, äh, betreiben. Da sind noch ein paar Scharts. Oh. Mein Spitzhack ist durch. Mist. Okay. Ähm. Plan. Wie machen wir es? Äh. Äh. Neue machen. Würde ich mal sagen. Äh. Äh. Gucken, wo ich das hier so hinkriege. Äh. So. So, 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 so. So, Wagen. So, machen wir direkt alles. Machen wir ein paar Fackeln. Ich muss jetzt zwei übrig lassen, ne? Sonst, äh, ja. Ähm. Und dann brauche ich noch einen. Einen. Ah, okay. So. Nein. So, bitteschön. Ähm. Ja. Eisen, genau. Eins, zwei, drei brauche ich. Und ein Stück Kohle. Was haben wir denn hier? Amber, Fire, Water, Earth, Uranium. Essence, Berry Barsch, Tastes Like a Creeper. Hm. Keine Ahnung. So, und ich sag schon mal Bescheid. Um zwei Uhr gibt es noch mal eine kleine Pause. Und dann um zehn nach zwei geht es sofort weiter. Nur so als Anmerkung. Äh. So, weiter geht's. Dem, 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 dem. Achso, ne. Ich wollte die Schadze mitnehmen. Steck. Stecken die mit dem? Das ist voll der geile Steck hier. So. Ich hoffe mal, wir finden irgendwann mal Diamanten. Ich muss gleich noch zur Seite meinen. Oh, noch was Uran. Noch ein bisschen Yellow Knight. Yellow, yellow. Ich hab keine Ahnung. Äh, das ist Slot 4. Nein, das ist was anderes. Äh. Äh, Rottenflash. Sulfur. Keine Ahnung. Äh. Ja. Meine Damen und Herren. Äh. Scheiße. Hm. Scheiße. Okay. Ähm. Äh, ja. Fuck. Die Sachen kannst du vergessen. Da komm ich dir wieder hin. Okay. Äh, ja. Super. Hm. Toll. Hm. Ich geh Rubbertrees suchen. Scheiße. Gut, versuchen wir das nochmal. Da sind noch ein paar Zombies. Ich hoffe, es sind keine Sprengpenisse da. Hm. So, hier ist er tot. Äh, ja. Schön, ne? Scheiße. Okay, Rubbertrees. Mist, Dreckkacke. Und für Keep Inventory anmachen bin ich auch zu feige. Mann. Naja. Muss das sein? Mist. Okay. Mal gucken, ob wir irgendwo, äh, Rubbertrees finden. Hm. Fällt nur gerade auf, ich habe keinen Tree-Tab mitgenommen. Egal. Ähm. Dann kann ich mal alles da auch noch machen. So, ich laufe jetzt einfach in diese Richtung. Immer weiter. Scheiße. Ähm. Ja, äh, ähm. Wie gesagt, ich bin voll pro in Minecraft. Ähm. 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 Ist wahrscheinlich unendlich geordnet. Oh, ne, da drüben ist sowas. Aber ich laufe trotzdem Richtung Jungle. So. Mann, ne. Meine Fresse. Au. Ach, komm schon. Herzlich willkommen, Skillmape. Oder wie man dich auch ausspricht. Herzlich willkommen im Screen, äh, im Stream. Joa. So, dann gucken wir mal, dass wir jetzt doch nochmal Rabattries finden. Hm. Ich hab voll die korrekte Aussprache für englische Worte. Ähm. Ja. So. Versuchen wir das doch mal. Jetzt bin ich auch noch in einem Jungle gelandet. Sehr schön. So, Rabattries. Genau so. Ist das so bewiesen? Äh. Man, das gerade eben musste echt nicht sein. Ich reg mich da jetzt voll drüber auf. Mist. Egal. So, was haben wir denn da hinten? Das ist auch neu. So, das nennen wir mal ein, äh, Buschschweine. Okay. Okay. Nein, nein. Was ist... Was machen die da? Dankeschön. Du auch. Doch, du auch. So. Oh, was ist denn? So, dann haben wir hier noch... Noch eins. Das kommt auch noch dran. Okay. So, was ist denn das hier? Oh Gott, ich krieg's nicht durch. Ja, super. Hm. Ich könnte's ja mal, äh... Warte, das hat irgendwas mit... Gra... Iron Gravel Ore. Okay. Was macht man denn da draus? Äh, U für Usage. Häng dich auf. Ah, da war's. Nein, man kann Eisen draus machen. Coole Idee. Als Mod. Hm. Fischhut. Äh, ja. Meine Güte, dieser Livestream kann nicht zu nichts... Wird zu keinem Ergebnis am Ende kommen. Das weiß ich jetzt schon. Egal. Du meinst das Skin? Yay. Yay. Ich versuch das jetzt so lange, bis ich's schaffe. Da kann ich morgen noch hier dran sitzen. Erstmal was essen. So. Ich geh' ne'n anderen Weg. Ähm. So, versuchen wir's mal hier rum. So. Hier durch. Äh. Immer noch auf der Suche nach... Rapper... Rapper... Rapper-Sapplings. Rapper... Ähm. Ja. Ich seh' auch irgendwie keine... Keine... Keine Blätter von denen. Hm. Keine Ahnung. So. Hier mal hoch. Oh mein Gott. So. So, meine Damen und Herren. Noch ein Schwein. Wieder ein Buschschwein. Äh. Ah. Doch. Ich hab' schon gedacht, das wär' irgendwie, äh... Untötbar. Und sterblich nennt man's. Genau. Hä. Wortdurchfall. Hier ist schon die Anfrage nach einer Adventure-Map. Oh mein Gott. Lass es lieber... Das zeig' ich lieber nicht. Robotree! Robotree! So. Endlich. Okay. Also wenn ich Adventure-Map spiele, dann... Ähm. Ne. Wollt ihr nicht sehen. Mh-mh. Ich verkack ja so im Survival schon extrem. Und dann auch noch irgendwelchen, äh... Quests oder Storys... Storys! Storys folgen, ist dann gar nicht. Ist... Ne. Kann's vergessen. Also, äh... Ne. So, mal gucken, das ist Rabberwood. Ja, sehr gut. Ich brauch nämlich die Saplings von dem. Und dann, ähm... Können wir Rabberwood-Saplings bei uns pflanzen. Das macht jetzt absolut Sinn. Ähm. Und dann haben wir Rabberwood. Yay! Meine Logik. Die ist so am Arisch. Naja. Ähm. Adventure-Map mache ich vielleicht mal in einem anderen Livestream. Aber ich, äh... Zieh das jetzt hier grad durch. Weil ich's so ja auch auf dem YouTube-Kanal angekündigt hatte. Deswegen. So. Ah. Einen haben wir. Das ist schon mal gut. Die sind nämlich bei Rubbertrees irgendwie extrem selten. Keine Ahnung warum. Aber es ist so. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Sehr schön. So. Da haben wir schon drei Stück. Oder nicht noch irgendwo einen. Keine Ahnung. Äh. So. Oh. Nochmal alles. So. Meistens stehen in der... Wäh, 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 wäh. Verwirrung. Meistens stehen in der Region immer noch mehrere rum. Aber... Hm. Da ist noch ein Blatt. Nee. Schade. Wär auch zu schön gewesen. So. Jetzt muss ich irgendwie... Bäh. Doch, 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 doch. Das scheinen welche zu sein. Ich bin mir nicht sicher. Äh. Ist das einer? Ich glaub nicht. Keine Ahnung. Nein. Das ist keiner. Mano! Äh. Nö, ich seh keine mehr. Gut, dann versuch ich mich jetzt mal wieder nach zu Hause durchzuschlagen, um die da zu pflanzen. Bevor es dunkel wird, aber das wird innerhalb von ein paar Minuten passieren. Deswegen, ähm... Hm. Naja, mal gucken. Äh, tschüss, sagt hier der Skillmape. Bis dennne. So, mal gucken, ob wir hier durchkommen. Hier runter. Hier wieder hoch. Okay. In 300 Metern da, in die Richtung. Oh. So. Hier runter. Und weiter zurück. Aua. Ich hör wieder Buschweine. Äh. Äh. Irgendwie hier durcharbeiten. Ich hör grad von draußen komische Autotürklappertöne. Das ist irgendwie... Hm. Lenkt irgendwie extrem ab. So. Nur noch 100 Blöcke. Ist ja auch gar nicht weit. Und es wird... Scheiß, es wird dunkel. Jetzt sollten wir uns beeilen. Oh, 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 oh. Ist hier noch irgendwie ein Rubber-Tree? Hä? Weil im Jungle vorwärts kommen und dann noch Mobs hinter sich und vor sich haben. Äh, hä. Äh, ja. Gerade eben hat man ja schon gesehen, wo das enden kann. So, hier lang. Ich seh, ich seh, ich seh, ich seh, ich seh, ich seh schon, zumindest die Wiese. Da, ja. Oh Gott, ein Enderman. Oh Gott, ein Enderman. Oh, ein Enderman. Und einen Hut. Das Hut nehme ich natürlich noch mit. Eins. Oh, ist das weit weggeflogen. T-t-t. W-w-w-w-w-w-w-wai. Hä? Drei Musst du in die Stirb Drei, vier Ja, ich kann zählen Da ist noch eine Spinne Und jetzt möglichst schnell rein Oh fuck, wo kam das jetzt her? Ja, super Fick dich, stirb Ja, natürlich So, jetzt komm, stirb Stirb Ja, super Aua Ja, geil Da könnte ich ja wieder kotzen Ganz ehrlich Jetzt spawnen auch noch So Wie zum Himmel sind die hier reingekommen? Ja gut, die Spinnen kann ich verstehen Meine Fresse Na gut Äh, ja Jetzt muss ich irgendwie wieder nach da hinten War da, da irgendwo ein Creeper Da ein Creeper ist, mach ich das lieber Nicht Hm Gut, ich hab die Rapper Saplings auf jeden Fall wieder zurück Äh, ich kann irgendwie Holzkohle machen Was kann ich noch machen? Hm Hm Keine Ahnung Drum in der Ecke rumsitzen Immer noch jammern, dass ich alles gerade eben verloren habe Äh Pfff Ja, ne Ist ja ein bisschen mau Ich kann gleich eine Runde Bäume setzen Das ist eine Idee Und ich kann jetzt einfach warten Dass es Tag wird Was noch Ewigkeiten dauert Äh Oder ich kann mich mit einem Steinschwert durchboxen Aber das geht auch nicht gut Und ich hab keinen Stein mehr Oder? Nein Nein Mist Hm Hm Das ist ein Problem Hm 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 Charcoal Yeah Äh Tja Keine Ahnung Hm Ich weiß gerade nicht genau, was ich machen soll Ich überlege gerade schon, die Pause einzuleiten Es sind eh nur noch vier Minuten Also Das mache ich jetzt auch Währenddessen Äh Lasse ich die Welt weiterlaufen Dass hier dieses Dass wieder Tag ist Also äh Ja Dann würde ich sagen Wir sehen uns in 10 bis 15 Minuten wieder Dann lasse ich den Stream nämlich weiterlaufen Beziehungsweise mach weiter Solange werdet ihr ein schönes Bild sehen Und zwar genau dieses Und ich hab gerade den Creeper vor der Tür gesehen Hm Cliffhanger Gut Ähm Ich mach kurz die Pause Und äh Wir sehen uns gleich Ich muss jetzt nur noch hier gerade Den Text umändern Ähm Ähm Ja Ja Ich hab's gleich Um 14 Uhr 5 Wird es weitergehen Um mit Doppel M Ist natürlich falsch So Größe Ein Bildschirm anpassen Ja Das ist äh Pfff Ich muss schon sagen Da Sehr schön Gut Ähm Ja Ich mache die kurze Pause Bis äh Nachher Irgendwann Bis zum nächsten Mal Vielen Dank. 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 Okay, gut. Ich kann... Ich kann... Ja... ... 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 Es geht los und zwar Copper Cable Uninsulated und dann Rabber drauf. Copper Cable Ja, unser erster Erfolg in diesem Livestream, der auch irgendwann weitergeführt wird. Irgendwann Ich weiß noch nicht genau wann Wahrscheinlich wieder Montag Wahrscheinlich Sehr wahrscheinlich Ja, und dann Ich lege die jetzt hier einfach mal hin. Die kann man ja wieder abbauen Ist ja nicht das Problem Ja So Ist da jetzt noch einer gewachsen? Nein, ist keiner mehr gewachsen Ja, also wir haben ein paar Ressourcen gesammelt Ich versuche hier gerade zu einem Schluss zu kommen. Ich weiß nicht, ob es euch auffällt Ich muss langsam, aber dringend weg Ich muss noch in der Stadt Was erledigen Auch noch Ja Wie machen wir es denn? Ich würde mal sagen, es haben mir jetzt doch einige Leute zugeguckt Und ich würde mal sagen, nee Wenn ihr wissen wollt, wann der nächste Stream On geht, beziehungsweise wann ich wieder streame, drückt unten Auf Follow Dann kriegt ihr sofort die E-Mail in euren Mail-Ordner Beziehungsweise Ihr werdet benachrichtigt, wenn ich wieder online Und ja, guckt mal Nächsten Montag Um 13 Uhr 15 Dann sollte der Stream wieder on gehen Wenn es ein bisschen später ist, kündige ich das vorher an Sag ich auf jeden Fall Bescheid Und wenn ihr jetzt unbedingt Videos weitergucken wollt Dann geht mal auf youtube.com Slash Jewelpiece72 Genauso wie dieser Twitch-Channel hier heißt Und dort findet ihr dann Die Let's Plays, die wir auch gerne machen Und ich möchte jetzt hier mal gerne was ausprobieren Ob das so gut funktioniert, wie ich mir das vorstelle Wie ich es nämlich gerade eben vorbereitet habe Gucken, ob das hier gerade Boah, ich habe keine Ahnung, ob man das hört Ausprobieren Ich höre mal gerade Ob das so gut funktioniert, wie ich mir das vorstelle Wie ich es nämlich gerade eben vorbereitet habe Gucken, ob das hier gerade Okay, man hört es auf jeden Fall im Stream Ich suche jetzt mal gerade die Stelle Und dann Würde ich sagen Beende ich diesen Stream hier Genau Wie schon gesagt Wenn ihr mehr sehen wollt Klickt auf Follow Und ja Ich gehe jetzt hier auf meine Monitoraufnahme Und dort seht ihr jetzt dieses Bild Und bis zum nächsten Mal Danke fürs Zuschauen Ihr seid wirklich sehr nett gewesen Kommt beim nächsten Mal wieder vorbei Und wir sehen uns bis dann, tschöööö auf unserem Kanal bis dann, tschööö na, Mist irgendwas stimmt hier nicht naja, wie wär's dir mit dem Knopf bis dann, tschööö bis dann, tschööö